Let's start and spread the joy. Das ist meine Einladung, die ja schon seit einigen Jahren immer schon zugänglich steht für Menschen, die in meine Seminare und in meine Trainings kommen. Diejenigen, die mich bis jetzt noch nicht angetroffen haben oder diejenigen, die mich durchaus auch schon im Seminarraum oder Tanzsaal kennen und die Impulse sehr schätzen, möchte ich jetzt eben einladen, über die Online-Welt da auch ein paar Impulse zugänglich zu machen. Das heißt, ich schicke künftig meine Cyberfreuden-Strahlen hinaus in die Online-Welt, um dann deinen Alltag im Offline-Bereich auch aufzuwerten. Deswegen, die Videos werden kurz und knackig sein mit hoffentlich einigen Impulsen, die du dir mitnehmen kannst daraus. Und ich freue mich, wenn du dich einklickst, für mehr Freude, für mehr Lebensfreude in deinem Leben, in deinem Körper, in deinem Geist und in deiner Umgebung. Darauf freue ich mich. Let's start. Now it's your turn.